das kann ich mir schon gut vorstellen dass das da paradies manchmal so augenburg als vater Quiglau Rosette als Mutter. Nabab de Rèv, abstammend Großmutter. Danach geht das im Übrigen mit feinster hannoverischen Genetik weiter. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Witness van Paradijs, vielleicht kennen Sie die, war in Holland sehr erfolgreich mit Stephanie Bruchman. Im Übrigen ist diese Nabab-Stute die Großmutter. Und also, so geht das. 58,83 Sekunden. Daniel Deuser und Happiness van Paradijs finden den passenden Grip im Boden hier in der Hans-Martin-Schleier-Halle. Und, tja, ein Daniel Deuser findet die passende Linienführung, um in Führung zu gehen. Guck mal, dann juckt das Näschen und dann lässt er netterweise einfach sich erst noch mal das Näschen schubbeln lassen. Bei Happiness. Wie heißt das denn eigentlich? Noch mal, gibt es denn nicht auch so ein Sprichwort? Wenn es Näschen juckt, gibt es Geld oder irgendwie sowas? Beste Voraussetzungen haben die beiden auf jeden Fall. Dadurch... ... ... ...